Also für Colán ist es eine ganz tolle Erfahrung. Er liebt es, in die Kita zu gehen mittlerweile. Er hat dort Freunde, er hat einen regelmäßigen Ablauf und er lernt auch viele Sachen. Er lernt zum Beispiel auch Deutsch, weil wir ja Spanisch zu Hause sprechen. Und dann muss er natürlich auch lernen, dass man nicht haut oder dass man nicht schubst, dass es vielleicht andere Regeln in der Kita als Zuhause gibt und so weiter. Also der Einstieg war nicht so einfach. Ja, die Eingewöhnung hat so circa zwei Monate bei uns gedauert. Am Anfang war nur eine Stunde und dann musste ich auch dabei sein, bis sie dann dort schlafen können und sich ans Essen gewöhnen und so weiter. Für die Kita ist eben sehr wichtig, dass die Eltern informiert sind über die Regeln, die es dort gibt. Also diese Abholzeiten und so weiter wirklich dann auch einhalten. Wenn sie noch nicht trocken sind und mit Windeln, dass sie da Wechselklamotten haben und so weiter oder Regensachen oder Sportsachen. Ich glaube, ja, am Anfang kann es auch mal irritierend sein, zum Beispiel, wenn man die Sprache nicht gut kann. Zum Glück kann ich die Sprache, aber das kann ich mir halt vorstellen, dass alles so schnell geht und so viel Infos raus sind, dass man da vielleicht was verpasst oder nicht genau versteht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man selber einfach mal auf die Erzieherin eingeht. Vor allem, wenn man irgendwie weiß, okay, jetzt hat sie nicht so viel zu tun. Es sind nur zwei, drei Kinder da, dass man mal nachfragt, ja, wie war es mit dem Essen zu tun, oder was läuft noch nicht, oder so. Zum Glück habe ich mir so ein bisschen ein Netz aufgebaut von Leuten, die mal kurz auf Julian aufpassen können, wenn ich mal einen Extra-Termin habe. Das ist ganz schön und manchmal nehme ich ihn aber auch einfach mit. Also für mich ist es total praktisch, dass Julian in die Kita geht, natürlich, weil ich ja Vollzeit arbeite. Das heißt, ansonsten müsste ich irgendeine andere Betreuung finden. Ja, arbeiten und gleichzeitig auf ein Kind aufpassen, das ist sehr, sehr schwierig, mache ich nicht gerne. Und es ist einfach schön, mal zu wissen, dass ich zuverlässig jemand habe, der auf ihn aufpasst. Und ich denke auch, es ist wichtig, dass er lernt, anderen Leuten zu vertrauen, also nicht nur mit mir sozusagen, sondern er hat halt seine Gruppe, seine Freunde, das ist seine Klasse und so und so. Und das ist auch ein tolles Gefühl für ihn.